Zebras Leute, ich wollte euch nur noch sagen, dass heute Abend um 18 Uhr, dass ich dort ein Call of Duty Ghosts Livestream mache. Wenn ihr zuschauen wollt, einfach auf den Link unten in der Beschreibung klicken. Heute 18 Uhr Livestream, ich hoffe wir sehen uns, bis dann, haut rein! Untertitelung des ZDF, 2020